erotisch kochen kiss the cook heute kommen wir zu gemüse der ganz besonderen art weil erotisch kochen hat ja was mit essen mit der zubereitung zu tun habe ich ja schon einiges erzählt aber es hat ja ich sag mal ein vorspiel die vorbereitung es hat das zubereiten es hat das essen zelebriert und natürlich hat es die nachbereitung es geht um lust und liebe sexualität und sich einen super tollen rahmen schaffen ich habe ihnen heute hier mitgebracht einen maiskolben eine aubergine und eine banane sie meinen die banane soll ein bisschen grün ok stimmt der maiskolben sieht vielleicht ein bisschen dunkel aus und die aubergine sieht irgendwie die glänzung all diese drei sachen sind aus silikon sind von einer firma in dresden delf self heißen die und sind sex toys also ich meine das heißt so sie können sie als deko benutzen schon mal wenn sie denn gemeinsam essen sie können aber eben danach damit tolle spiele veranstalten wichtig ist natürlich dass sie möglichst sich auch noch gleitmittel besorgen das ist immer gut wichtig finde ich persönlich dass es auf einer wasserlöslichen basis ist also ich finde das einfach angenehmer also ich finde die sachen davon funfactory gut die sind die kleben auch nicht so aber das ist geschmackssache sie bekommen das natürlich im internet sie bekommen es aber auch in sex shops je nachdem wo sie wohnen kann man sich eben schicken lassen es gibt gleitmittel wahrscheinlich werden auch apotheken es führen aber ich finde funfactory ist da wirklich gut ja probieren sie doch mal aus wie denn banane in das silikon wirken kann oder eben die aubergine und sie sehen es ist wirklich ganz ganz weich also angenehm sie können es ganz prima hinterher abwaschen bitte nicht in die spülmaschine oh hilfe dann können sie es ja gleich wegschmeißen also nichts aggressives einfach mit wasser und seife und ja machen sie das beste draus erotisch kochen kiss the cook essen gehört dazu aber spielzeug ist natürlich auch immer gut in diesem sinne viel spaß sag zu sie nicht bis bald